Es gibt Orte, an die wir gehen könnten, wo wir sicher wären. Bitte! Hör mir zu! Bleib bei mir! Irgendetwas stört unser Signal. Wir empfangen Aktivität auf dem Weg hierher. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, das Gefühl habe ich auch. Wachsam bleiben. Hier oben. Waffen bereit machen. Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Weiter geht's mit Black Ops 3, die Kampagne. Okay, ich wusste es. Die KI ist ein Virus. Ich habe es mir gedacht. Wir sind alle infiziert. Nur Kane noch nicht. Auf mein Zeichen! Kane, bitte kommen. Da kommen mehrere Ziele in eure Richtung. Verschwindet von da! Taylor und Maretti, sie wussten, dass wir kommen. Kane, ihr müsst sofort los. Sie wollen euch einkesseln. Verstanden! Okay. Ah, scheiße. Diese Stacheldinger. Oh, 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 oh. Oh, no. Ich schicke noch nicht mal Menschen. Schicke noch nicht mal Menschen. Schicke noch die Maschinen, diese Scheißdinger. Diese blöden Blechbüchsen. Robocop für Army, ja. Weg! So. Ist hier irgendwas nötig? Ich schieße doch schon die ganze Zeit, Kane. In Deckung! Wo denn? Da kann man schlecht Deckung nehmen hier. Und da soll ich in Deckung gehen. So, weg hier. Oh, was haben wir hier Schönes? Schwimmen, meine Runde schwimmen gehen. Boah, den hab ich gar nicht gesehen. Jetzt hab ich hier ne Shotgun. Ach, scheiße. Wieser Rauchentfernung. Nix. Aber da brauchen wir wenigstens nur einen Schuss. Da sind die Dinger Schrott. Aber ich mag Schott ganz nicht. Sind scheiße. So, Fanate. Nix. Na klar, hier. Ich kann unter Wasser schießen und nachladen. Und logisch. Haha. Wie realistisch. Okay, wir müssen da hin. Wird uns ja schließlich angezeigt hier. Es kommen immer mehr. Die NRC-Offensive ist gnadenlos. Wir können im Kampf kaum Fuß fassen. Wir brauchen mehr Luftunterstützung, um die Plattform zu sichern. Willst du hierbleiben oder mir folgen? Wie machen wir Taylor am besten ausfindig? Wenn wir den Kontrollraum sichern, haben wir Zugriff auf die Kameras der Plattform. Kane legt sie dir auf deinen Hut. Los. Oben oder unten, wir geben die notwendige Unterstützung. Da kommen zusätzliche NRC-Flieger. Wir müssen sie von der Plattform fernhalten. Verstanden. Sind auf dem Weg. Ich sehe sie. Mehrere feindliche Flieger. Gehe auf Abfangkurs. Okay, Freunde. Mal wieder eine Runde fliegen hier. Eieieiei. Jawohl, mit Rakete. Treffer. Wunderbar. Okay, der Nächste. Und raus damit. So ist es. Okay, der Nächste. Und raus mit der Rakete. Wunderbar. Wunderbar. Wow, 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 wow. Und Schütz. Das werden wir nicht zulassen. Fokus auf die Unterstützung der Bodentruppenverlager. Kalil, wir geben deinen Männer in Deckung. Rückt weiter vor. Okay, ihr habt es gehört, Freunde. Wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Das sind aber eine ganze Menge. Oh, 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 oh. Da kommen immer mehr. So, mal ein bisschen aufräumen hier. Wir werden hier festgenagelt. Wir brauchen eine Unterstützung bei zwei, eins, vier, drei, fünf, neun. Bingel, 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 bingel. Das muss auch ein Mund lässt sein. Oh, hier kommen auch noch jede Menge. Okay, wir haben den Kontrollraum abgewickelt. Wir sind drin. Klicke mich jetzt ein. Ich brauche nicht in der Waffe zu ziehen. Halten wir die Position. Die sind zu spät. Er ist auf dem Weg raus. Moment. Als sie noch in Betrieb war, war die Plattform wegen der Dürre ein Ziel von Piraten. Wichtige Bereiche wurden durch Sicherheitsprotokolle geschützt und abgeriegelt im Fall eines Angriffs. Riegel es ab, Khalil! Riegel es ab! Jetzt! Da ist noch Maretti. Es ist noch nicht vorbei. Kellen, was ist der beste Weg zu seiner Position? Tja, die Sicherheitsprotokolle haben eine Panzertür zwischen euch und ihm geschlossen. Irgendeinen Vorschlag? Maretti ist noch am Hangar. Kallis Männer sind schon auf dem Weg da tippen. Verstanden. Stoßen jetzt dazu. Wow, alter Spät. Okay, werden wir hier nochmal ein bisschen säubern und aufräumen. Binge, 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 binge. Wo kommen die alle her? So. Oh, mein Gott, einen kleinen Überblick verschaffen. Yo, alles sauber, Freunde. Oh, hier können wir wieder landen. Ey! Meine Leute! Nur noch Mut! Ah, mit der Shotgun ist blöd. Glühwürmchen, meine besten Freunde hier an dem Spiel. Die lecken auch so ein bisschen ab. Oh, Granate! Okay, wo müssen wir nicht sitzen? Ach, jo, okay. Verdammt! NRC-Streitkräfte sind gerade an Marettis Position aufgetaucht. Sie rücken hier ab. Wenn wir jetzt nicht kriegen, verlieren wir ihn. Kane, was ist der Plan? Sei dich über die Kante ab und schwing dich dann runter. Da ist noch eine Panzertür zwischen uns und Ihnen. Oh, wow! Wie cool sind wir denn, ne? Maritien kommt auf der Rückseite. Dran bleiben! Ich muss mal sehen, dass ich irgendwo eine andere Waffe herkriege. Die Shotgun ist scheiße. Man braucht zwar nur einen Schuss, um den Gegner zu töten, aber trotzdem finde ich das Ding scheiße. Was haben wir jetzt hier? Wir machen das doch gleich mal aus. Na, das ist doch schon mal besser. Oh, die Kuda! Sie ist sowieso gut, die Knarre. Nach der Razor... Ach, ne, vor der Razor noch einer mit der besten Waffe hier im Spiel. Was soll mir noch passieren mit der Kuda und meinem Glühwürmchen? Leute, wir haben es so gut wie geschafft. Oder? Wow, wow, wow! Ja, keine Hektik! Oh, Granate! Schweinehunde! Hey, das war eng. Das war knapp. Ich muss schnell ein bisschen Munition nehmen. So. Entspannend. Geh weg! Geh raus aus meinem Hirn! Boah, wie weit müssen wir denn noch laufen hier? Oh, 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 oh! Ja, Hendrix, wo bist du? Hendrix! Ich höre! Hendrix, hör mir zu! Wo ist Hendrix? Wieso ist der schon hier? Was ist nur los mit dir? Du bist nicht du selbst, Hendrix. Da ist etwas in dir, seit du mit Dias verbunden warst. Das gleiche Ding ist auch in Taylor. Du hast die Perspektive zur Mission verloren, zu Taylor! Was? Taylor hat eine Verschwörung entlauft, die bis ins verdorbene Herz der CIA und des Winslow-Abkommens reicht. Und das macht ihn zum Ziel. Nein, Kane hat unsere Werte überwacht. Kane? Mann, Kane steckt doch hinter allem. Schon immer. Sie ist die gottverdammte CIA. Das reicht, Hendrix! Was? Du glaubst mir nicht? Oh, du hast dich in sie verschossen, was? Ihr habt schon Pläne für ein Haus auf dem Land und eine perfekte kleine Familie. Du solltest dir doch nicht vertrauen. Du denkst nicht mehr klar. Ich denke nicht mehr klar? Und was geht denn in deinem Dickshed? Vorsicht! Oh, wieder alles gut? Okay, was müssen wir jetzt machen? Uah! Wie bin ich denn jetzt draufgegangen? Wo kam das denn her? Lass die schlechten Erinnerungen los. Hä? Wo kam das her? Ist das bestimmt irgendwo ein Scharfschütz oder irgendwas? Jawohl, hundertprozentig weg hier. Toll, jetzt habe ich noch nicht mal mit Munition. Oh nein! Sag ich nur die Handfeuerwaffe. Oh Gott! Oh nein! Hier müssen wir zu hinten überladen, hier. Oh, shit, 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 shit. Ja, dann. Die mit ihren Scheißgranaten. Nee. Oh, das kann ich auch. Und noch eine, nee. Verdammt, ich brauche Munition. Wo ist hier Munition? Hast du keine Angst vor dem, was in der Dunkelheit lauert? Hau schnell darüber. Okay, wir müssen hier zu Marecki. Lauf, 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 lauf. Die Welt kennt die Wahrheit. Du bist ein Verräter. Deine Wahrheit hat unzählige Menschen getötet. Wir haben das Richtige getan. Kannst du das auch sagen? Wie ein Tier. Hast du ihn abgeschlachtet? Wir sind schon länger Auftragskiller, als ich nur denken kann. Aber du kannst das hier nicht gutheißen. Maretti war einer von uns. So wie Hall. So wie Dias. Und als nächstes töten wir dann Taylor, oder was? Wenn du willst, dass die CIA ihre Scheißgeheimnisse bewahrt, dann sollte ich Cain womöglich auf der Stelle abknallen. Hey, hör mir zu. Der einzige Grund, warum du in diesem Moment nicht im Knast der ägyptischen Armee sitzt, ist der, dass uns niemand zur Hilfe kommt. Wir sind allein. Ich hab nur dich. Außerdem. Bist du mein Freund. Das NRC hat eine Raketensalve gestartet. Ihr müsst sofort da raus. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Los, Hendrix. Okay. Wir müssen wieder nach oben, bevor hier gleich alles um uns herum einstehen. Habe ich mich jetzt in Cain verliebt, oder nicht? Ihr müsst da raus. Wissen wir. Wir sind unterwegs. Ich bin jetzt lesbisch, weil man hätte ja auch als Frau starten können. Hätte ich mich dann auch in Cain verliebt, bin ich da lesbisch? Oder wäre ich denn lesbisch? Weil männlichen Cain gibt's ja nicht, wenn man als Frau gespielt hätte. Hm. Okay, wir müssen jetzt hier raus. Bewegung! Zum Hangar geht's hier lang! Ja, okay, Freunde. Ich verabschiede mich schon mal von euch für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr unterstützt das Projekt auch. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao! Ciao, ciao!